Yo! Das will ich kommen zu einer neuen Aufnahme. Ich habe hier etwas entdeckt, was ich mit euch mal hier antesten will. Versuchen wir es mal. Ein kleines Minispiel. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ähm, Englisch. Ah, unser Haus. Das Böse. Ähm, was ist das? Dear Jemaine, I've kicked at your girlfriend. Yours truly, Sir Joy Big Lizard. P.S. Muhohohohohohoho. Oh, that stupid old lizard. I'll save her sooner than you can say the Intel i7 is awesome. Ähm, You only in the phones, ja. So heißt das kleine Minispiel, hier, das kleine Jump'n't On. Und was wir hier gerade spielen. Ein kleines Jump'n't On. Ja, ich kenne es schon ein wenig. Und gesteuert wird, wenn wir mit W.A.S.D. Münzen einsammeln wie in Mario. You only in the phones, also. Vorsichtig. Nach Möglichkeit nicht sterben. Das wär schon gut. So. Da sind wir schon im dritten Bereich. Sehr gut. Jump'n mal ein Profi-Zwerg hier. Ups. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Ich hab nur noch zwei Herzen. Cool. Ach du Scheiße. Wie soll ich da denn rüberkommen? I don't feel too well. Ja. Ein Herz einfach noch. Bis ich nicht wo ich hinspringe. Und das scheinbar wo. Ich hab nur noch zwei Herzen. Oh, verdammt. Spiel vorbei. Kurz vor der Tür. Huuuuhh. Continue. Frage. J-Jermaine? Oh mein Gott. Ja, hallo. Kannst du bitte eine Ambulanz senden? Äh, ich weiß nicht die Adresse. Aber ich bin in Sir Giant Pink Lizard's Kastel. Ja, die letzte Phase in Welt 5. Oh, Welt 5 schon. Ach. Hätten wir's durchaus schaffen können. Game over. Hätten wir's schon in Welt 5 waren? Hm? Well, es war nichts was wir können. Das ist so schlimm. Die Kinder später sind es schon. Aber ja, ich würd's jetzt hier mal bringen. Game over. Ich bin tatsächlich tot. Ich hab's nicht überlegt. Ich bin tot. Local man Jermaine Nilsum was found dead today in the castle residence of Sir Giant Pink Lizard. Jermaine, a 28 year old Forrester from Kent, is believed to have been visiting the castle on a vigilante rescue mission to save a female acquaintance. Sir Giant Pink Lizard himself has refused to make a murder. Ah, das ist der Bösewicht. Fieson. Äh, nicht du. Bin besandt. Wir sind es sogar nicht nachrichten. Ist das bitter? Ja. Game over. Evil lackey number 4, you're hereby under arrest for the murder of Jermaine Nielsen. I swear, he just walked into me and then fell down dead. I didn't go nothing. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Ich bin nicht ganz so überrascht, deshalb lache ich mich jetzt nicht komplett schlapp, weil ich das Spiel schon kenne, aber es ist ich verhaftet. Verhaftet. Game over. Continue. Ja, ein kleiner Blutfleck noch von uns. Da sind wir gestorben an dieser Stelle. Ah, und den Typ, der uns ermordet hat, der kleine Scherge, der hat uns jetzt verhaftet. Oh, schön. Hier haben wir so einen kleinen Schreien errichtet. In der Stelle, wo wir verrückt sind. Es ist schön. Hier oben 32,2 FPS. Ja. Ah, okay, jetzt sind wir Game over. Jetzt können wir auch nicht mehr weitergucken. Play more games. Einmal die seltene laden. Versuchen wir das mal. Ich weiß, was passiert, aber... Ja, Game over. Du kannst das Spiel tatsächlich nicht mal neu starten. Du kannst nicht mal die Seite verlassen und am nächsten Tag wiederkommen und das Spiel nochmal spielen. Du bist ja wirklich Yono. You only live once. Ein Leben hast du da nur. Tja. So sieht's aus. Ein realistisches Videospiel. Tot von den Zeiten. Du merkst hier einfach die IP-Adresse von dem Rechner. Du kannst da nichts mehr... Kannst du nicht mehr machen. Du kannst nicht normal spielen. Was nochmal neunladen hier. Jo. Hier wächst schon Gras drauf. Auf dem Grab. Da wächst schon Gras drüber. Bei unserem Tod. Tja. Oh. Schon lieber Moos der Grabstein. Irgendwann wachst du dann hier die ersten Blümchen. Kannst du sie aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Wie du denkst. Die ersten Blümchen auf dem Grab. Jawoll. Nochmal spielen wird hier nicht. Game over. Ja gut. Ich sag mal. Däumchen nach oben. Sitz euch gefallen haben. Lasst nochmal davon neu sein. Und man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Jo. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja. Das sind die Glocken meiner Großmutter. Auch sind die Glocken. Nur mehr